Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des Hochhinaus, liebe Freundinnen und Freunde des Senkrechten, schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Runde Kerbel Space Program, in dem wir uns langsam aber sicher mit winzig kleinen Leitersprossen unserem Ziel hinzubewegen, endlich mal auf dem Mond zu wandeln und dann auch noch lebend zurückzukehren. Schön, dass ihr da seid bei Kerbel Space, letzte Woche, vielleicht wart ihr mit dabei, es war sehr knapp, es war sehr, 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 sehr knapp, ich bin auf dem Mond gelandet, erfolgreich, ich habe sogar diese Landung vollzogen, ich stand, ich stand auf dem Mond im Raumschiff, aufrecht, senkrecht und der Sturz kam bald darauf. Ich habe aufgegeben, ich habe geweint, frustriert, ich war die ganze Woche unglücklich. Wie wird die nächste Woche aussehen? Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen? Chat ist schon in Hate-Laune. Ja, Faller hat es versaut, schreibt der Chat. Das ist richtig, aber hätten wir ein Raumschiff gebaut, das ein bisschen leichter zu bedienen ist, wäre es vielleicht nicht so ausgegangen. Keine Lebenszeichen von Krusty? Doch, Krusty ist mit dabei, aber auch, um ganz ehrlich zu sein, Krusty hat langsam keinen Bock mehr. Krusty wurde ein Arbeitskollege versprochen, der kompetent und geschult ist in den Künsten der Raumfahrt und Krusty hat keinen Bock auf Amateure. Und deswegen ist Krusty auch ein bisschen genervt. Krusty will Ergebnisse. Krusty will, dass heute endlich mal Fortschritt gemacht werden wurde. Können wir ihn zufriedenstellen? Ich weiß es nicht. Vielen Dank an Baron Bär, der mit dabei ist. Fink HD, Yennek, Xtomaru für die Subs. Dankeschön, schön, dass ihr mit dabei seid. Das ist die Unterstützung, die ich brauchen kann für heute, denn es wird heute nochmal ernst. Nicht nur müssen wir heute unser Ziel erreichen, auf dem Mond zu landen, sondern... Ich weiß auch nicht genau, wo wir jetzt ansitzen. Es war folgende Situation. Wir flogen also auf den Mond heran, heran, heran. Auf dem Weg haben wir ab und zu gespeichert. Dann war ich im Sturzflug, Landeanflug auf den Mond, hab dann gespeichert. Dann bin ich gelandet, hab dann gespeichert und dann ist die Rakete umgefallen. Also ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten wir haben, diese ganze, ich sag mal, Schose noch zu retten. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wo ich jetzt bin eigentlich. Ortungsstationen? Kann ich da auf mein Raumgefährt zugreifen? Warte mal, lieber Mond, war da nicht was? Warte mal, welche Auswahl haben wir? Wir haben einmal den Kollegen hier. Ich würde sagen, dem lassen wir die Ruhe, die ihr so offensichtlich sucht. Gut. Dann haben wir unbenanntes Raumfahrzeug. Rödelt gerade um die Erde herum, um Körben herum. Gut. Auch hier läuft alles noch gut. Hat keinen Treibstoff mehr, ist im Untergang geweiht, aber ist erstmal, beschwert sich nicht. Und Mond 1... Haben wir gar keine... Ach, die ist kaputt gegangen beim letzten Mal, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben die kaputt gemacht und dann habe ich das Spiel beendet. Ich glaube, die ist explodiert. Wie komme ich jetzt auf den Speicherstand zurück? F9. Warte mal. F9. Was ist das jetzt hier? Spielstand fortsetzen. Quicksave, schnell speichern, persistent. Aber von wann war das? F9 und auf die Rakete wechseln. F9? Und auf die Rakete wechseln. Welche Rakete? Quicksave. Es gibt Quicksave unschnell... Ah! Ja! Ah, das sieht gut aus. Wir erinnern uns an die Situation. Die große Tragödie ist noch nicht passiert. Also, das Problem ist ja aktuell. Hier ist die Luke. Die Luke steht hangabwärts. Falls... Wenn ich es noch schaffe, jetzt einmal mich umzudrehen, vielleicht gibt es dann noch eine Chance. Zu stehen. Ich weiß es nicht genau. Weil was jetzt passiert ist, ich steige aus... Und die Rakete fällt um. So weit, so gut. Aber wie dreht man sich am besten? What? Ich kann mich einfach so drehen? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich habe noch eine Geschwindigkeit von 0,1 Meter pro Sekunde. Ach doch! Ich kann mich ein bisschen drehen. Oh! Das ist aber... Das ist aber... Oh, das ist aber schwierig. Oh... Das ist aber ganz schwierig. Warte mal. Wo ist die Luke genau? Wo ist die Luke genau? Das ist die Luke, ne? Das heißt, wenn ich es schaffe, jetzt die einfach... Ah, wie ist die Beinsituation gerade, ne? Okay, wir haben gerade noch das eine Beinhang abwärts. Oh nein! Oh nein! Oh! Ich stehe noch! 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 Ah, warte mal! Es muss doch möglich sein! Ich meine, es ist natürlich schwer, jetzt ist es nicht eine gute... Kann man eigentlich das Jetpack anmachen, während man an der Luke hängt? Warte mal, ist das eine Möglichkeit? Eva, dann Jetpack an! Jetpack an! Scheiße! Wie ging nochmal Jetpack an? Also, warte mal, hier ist die Luke. Kann ich nicht einmal ganz kurz boosten? Mich um 180 Grad drehen? Also wirklich der Mikro-Boost, den es überhaupt gibt. Ja, ne, ich stehe so instabil. Ich würde erst mal gern sehen... Warte mal, kann man auf den Mond auf den Sonnenaufgang warten? Ne, ne? Es gibt eine Seite, die ist immer Nacht und die andere Seite ist immer Tag, oder? Funktioniert der Mond so? Auf dem Mond gibt es keinen Tagesaufgang, äh, Tagesanbruch, glaube ich, oder? Sonnenaufgang. Ne, Quatsch! Ne, 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 völliger Unsinn. Es gibt eine Seite, die immer der Erde zugewandt ist, aber trotzdem gibt es Sonnenaufgang und Untergang. Leute, kurze Aussetzer, kurze Aussetzer. Dann lass uns einfach mal auf Tagesanbruch warten, oder? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Na klar, wenn sich die... Wenn sich die Erde um die Sonne dreht. Basics, nochmal zu den Basics. Die Erde dreht sich um die Sonne. Der Mond dreht sich um die Erde. Gibt es da einen Sonnenaufgang auf dem Mond, oder? Naja, muss schon sein, oder? Muss schon. Muss schon. Ist das herrlich? Ist das herrlich? Herrlich. Traum. Ich frage, soll ich dann gleich speichern? Wahrscheinlich schon, ne? Mein Gott, das dauert. Wann kommt Sonnenaufgang? Jetzt, jetzt. Ah, da sind wir doch mal. Guck mal. Ja. Naja, okay. Das ist ein hübsches Plätzchen geworden. Aber es ist schon hangig. Warte mal, ich speichere mal. Ja. Ich stehe, ich stehe auch aktuell nur auf zwei Beinen von drei. Also das ist ein harter Balanceakt, der hier gerade stattfindet. Kann ich denn hier nochmal einfach umsetzen eigentlich? Warte mal, wo wäre denn ein besserer Platz? Hier oben, oder? Warte mal, dann versuche ich jetzt einfach nochmal ein Stück. Ein Stück weiter oben zu landen. Gut, das muss jetzt natürlich ein bisschen geübt werden. Ich stehe auf einem Bein. Also Freunde, dass ich diese Landung gestanden habe, ist ein Wunder. Also das ist überhaupt so. Ich stehe auch auf meinem Triebberg. Das ist halt schwarz. Das ist halt einfach blöd, wenn du bis zum Mond fliegst und dann merkst du, dass die Beinchen viel zu kurz sind. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Ganz sanft, ganz sanft. Butterweich. Butterzart. 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 Ah! Oh, das ist echt nicht leicht zu steuern, aber ich glaube, die Schwerkraft ist nicht so hoch. Da brauchen wir nicht so viel Treibstoff hier. Ich finde das fantastisch. Ah, diese Landung. Come on. Come, 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 come. Come, 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 come. Come, 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 come. Gegen die Seitlichbewegung ein bisschen gegensteuern. Ah, wir haben immer noch eine ordentliche Dotskraft. Ah, ich glaube, ich muss gegen Ende nochmal ein bisschen boosten. Das krieg ich schon hin. Das krieg ich schon hin. Hier oben ist, glaube ich, ein guter, guter Landeplatz. 200 Meter, meine Herren, ey. Mond ist ja wie Nullanziehungskraft. Da bist du ja sofort wieder in der Himalaya da. Runter, bitte. Einmal runter. 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 Jetzt haben wir hier einen merkwürdigen Drift gerade drin, aber gut. Einfach mal ein Salto mit reinschmeißen, weil warum nicht? Wenn ich's kann. Mein Gott, ist gut jetzt. Lass mich mal runter, du. Bin ich jetzt wieder komplett runtergedriftet in die anderen? Ich werd hier nie landen. Ich werde niemals hier landen. Das wird furchtbar. Oh, ey. Ich bin wirklich der Grashüpfer. Ich krieg's wahrscheinlich wirklich in meinen gesamten Treibstoff, nur für diese dummen Hin- und Her-Hüpf-Manöver. Warum hab ich denn so'n harten... Ach, Leute, das klappt nie. Ich glaube, ich muss mir die Zeit nehmen, wieder meine dummen Nuffball-Zeichen zu verstehen, ansonsten klappt das nicht. Weil das so auf Sicht ist, da bin ich einfach zu... Da sehe ich auch zu schlecht, einfach Dioptrien. So, das geht. Let's go. Let's go. Nicht zu viel Schub. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich glaube, wenn man einmal schnell ist, dann hat man schon ein Problem. Dann ist der Rausch der Geschwindigkeit schon zu groß. Mal 40 Meter, das ist eine gute Parkhöhe. Ist ja eigentlich ein eigenes... umparken, nur. Ah! Nee! Bleib still, bleib still, bleib still! Ja! Ja! Das sieht besser aus! Das sieht besser aus! Das sieht besser aus! Ja, das sieht besser aus! Hör auf! Hör auf! Hör auf zu wackeln! Hör auf zu wackeln die ganze Zeit, Meister! Mach jetzt keinen Quatsch mit mir, mein Freund! Mach jetzt keinen Quatsch mit mir! Bleib stehen! So, Jaffala, auf ein neues! Und reiß diesmal bitte nicht einfach so grob die Tür auf, sondern mach es ein bisschen vorsichtig. Jaffala, bist du bei mir? Ah, shit, ey! Die Luke... Die Luke ist nicht ideal. Mal gucken, wie es läuft. Jetzt, Jaffala, let's go! Come on! Ich drücke jetzt hier auf EFA... Warte mal, haben wir überhaupt... Jaffala, bist du bei mir? Soll ich speichern? Soll ich jetzt speichern? Soll ich speichern, oder... Wie viel habe ich jetzt Treibstoff verbraucht? Habe ich jetzt genug... Habe ich jetzt Treibstoff verbraucht? Nee, ist glaube ich nicht viel. Schnell speichern. Let's go! So, Jaffala, jetzt tu es! Tu es! Tu es! Das ist doch nicht dein Scheißernst! Wie fucking instabil kann man eigentlich stehen? Oh, come on! Aber das muss doch gehen! Das kann doch nicht wahr sein! Ich meine, wie viele Mondmissionen sind tatsächlich daran gestaltet, dass dieses Scheißteil immer umgefallen ist, wenn der Astronaut ausgestiegen ist? Moment, das ist meine aktuelle Position! Stand ich nicht mal stabiler? Mann, diese Scheißrakete hat völlig falsch gebaut, ey! Weiß auch, warum sind diese dummen Arme so kurz? Warte mal, ich stehe... Ich stehe wegen des... SAS... Warum ist ein Gefährt, das als Landegerät gedacht ist, so unendlich schlecht darin zu landen? Ich überlege, wie ich es schaffen könnte, mich zu drehen einfach. Ich glaube, wenn ich es einfach nur schaffen könnte, die Luke in die andere Seite auszurichten... Ja, 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 ja... Steh, steh, steh! Nein! Nein! Stürzt doch nicht! So fahre ich nach Hause! Leute, ich packe es, ich fahre zurück zur Erde! Leute, es ist so ein Trauerspiel! Es ist so fucking erbärmlich! Es ist so fucking erbärmlich! Die besten... Wie der immer springt, wenn der da reinkommt, Alter! Der ist auch krass, der Typ! So! Idee ist... Einfach... Also, wir müssen ja immer gucken, dass ein Beinchen hangabwärts steht, ne? Weil ich glaube, wenn... Wenn das nicht gegeben ist, dann war es das. Kann ich nicht eigentlich den Motor laufen lassen, so ein bisschen? Während ich aussteige? Wie mache ich das denn jetzt, ey? Verdammt nochmal! Ich kriege das jetzt hin! Also, ich dreh mich oder ich parke nochmal um... Wenn ich die... Ich kann die nur einfahren, ne? Oder kann ich die nochmal noch weiter ausfahren? Einfahren! Wie es gar keinen Unterschied macht, ob diese... Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn du... Deine Beine ausschalten kannst und trotzdem noch stehst. Dann ist es ein Zeichen, dass du richtig schlechte Beine hast. Wenn es keinen Unterschied für deine Standfestigkeit macht, ob deine Beine ausgefahren sind oder nicht. Das ist ein schlechtes Zeichen. Tut mir leid. Warum kann ich mich denn jetzt nicht einfach drehen? Wenn ich eh auf einem kreisförmigen... Wie jede winzigste Bewegung dazu führt, dass ich... Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Warte mal. Das ist, glaube ich, echt ein Millimeter-Spiel gerade. Wenn ich es irgendwie schaffe... Ich glaube, ich ziehe die... Ich ziehe die dummen Beine ein. Die bringen nichts. Einfahren. Ah, das ist fantastisch. Wie wirklich ein einzelnes Antippen von E. Ne, warte. Ich mache jetzt wirklich die Tippel-Version. Ich muss einmal... Also, wie unfassbar... Also, das spricht aber auch für die Landung. Wie unglaublich präzise bin ich gelandet, dass wenn einmal einfach nur eine Taste antippen dazu führt, dass ich umfalle. Was war denn das für eine Landung? Was war denn das für eine Jahrhundertlandung, Alter? Ich meine, eine andere Möglichkeit wäre es natürlich auch, wenn wir es schaffen könnten, im Liegen zu starten. Das ist natürlich jetzt andersrum gedacht. Ich probiere das mal. Ich mache das mal aus. Jetzt ist die Frage, schaffe ich es im Liegen zu starten. Weil hier kann ich ja jetzt auf den Rücken heulen, sodass ich aussteigen kann. Und wenn ich es jetzt schaffe, so zu starten, dann ging es ja eigentlich auch. Ich meine, das ist die fucking erbärmlichste Mondlandung aller Zeiten. Das können wir auf der Erde niemandem erzählen, dass wir auf dem Mond umgefallen und dann vom Bauch aus gelandet sind. Aber vielleicht ist ein Start so denkbar. Jetzt kommt diese scheiß Einrastfunktion wieder. Man hört doch mal auf, mich zu nerven. Geht das? Kann man... Da habe ich hier irgendwie eine Sprungschanze eigentlich. Vielleicht wäre das beim anderen sogar noch besser gewesen. Es ist wirklich ein erbärmlicher Anblick. Dieses Wunderwerk der Technik, das einfach vor sich hin wurmt. Aber guck mal, das ist doch eine Sprungschanze, oder? Wenn ich das schaffe, als Schanze zu nutzen... Geht das nicht? Fuck! Ich gehe mal kaputt. Warte mal, wie sähe ein Start aus dem Liegen aus? Ach, ist das Problem gar nicht das Gewicht von Jaffala selber, sondern dass, wenn sie aussteigt, sie ja nicht mehr das SAS kontrolliert und deswegen fällt die Rakete um. Ach so! Ich verstehe. Das ist gar nicht... Ach so. Das war... Das ist schon ein bisschen albern, oder? Warte mal, was ist denn, wenn ich ganz plötzlich... Aja, was ist denn, wenn ich denn im Liegen des SHS wieder anmach? Richtet sich das dann wieder auf? Mal sehen. Mal sehen. Nee. Tut's nicht. Warum kann man gar nicht starten aus dem Liegen, ey? Das ist echt... Das ist echt blöd. Was ist denn, wenn ich mich durchs Rollen fortbewege? So lange, bis ich eine Sprungschanze gefunden habe und die dann hochfliege mit meinem Treibstoff. Weil Rollen verbraucht ja kein Treibstoff, oder? Guck mal, da hinten ist doch ein Krater. Wenn ich es schaffe, mich an dem... Ich schaffe, mich an dem Krater so auszurichten, dass ich nach oben geschossen werde. Das müsste doch gehen, oder nicht? Warte mal, kann ich nicht durchs Hin- und Herbouncen eigentlich auch in eine Position kommen? Warte mal, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Ich schaffe es durch einen Kreisel, mich so auf der Schnauze zu kreiseln? Okay, Kreisel ist drin. Kreisel ist machbar. Kreisel ist machbar. Es ist natürlich noch ein bisschen die Frage, was genau das bringt. Okay, ich kann mich auf dem Kopf kreiseln. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist ein Anfang. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt umfalle, kann ich dann, wenn ich im richtigen Moment booste... Nein? Ich versuche mich zu dem Krater da hinten hin zu robben. Ich meine, das ist somit das Erbärmlichste, was ich diese Woche gesehen habe. Aber wir alle wissen, so wird das enden. Nein! Aber ich glaube, warte mal. Ich glaube, durchs Hin- und Herbouncen ist es möglich, in eine Position zu kommen, mit der ich mich abstoßen kann. Mit der ich boosten kann. Ich glaube, das ist machbar. Ich glaube, das ist machbar. Vielleicht ist es sogar dafür besser, die auszufahren, oder? Na, warte. Lass uns einfach mal probieren. Ich muss halt nur wirklich... Das ist so dumm, dass ich mich auf den Kopf kreiseln kann. Ich brauche nur einen Moment, wo die Schnauze ein bisschen in der Luft ist. Yes! Yes! Ja, das geht! Oh, das geht! Ja, kein Problem! Ja, kein Problem! Ich kann abheben so. Ich meine, das braucht jetzt halt ein bisschen Geschick. Ah, das passt! Das geht! Das geht! Das geht mega gut! Okay, ich würde sagen, der Mond ist offiziell... Die Mission ist machbar. Die Mission ist machbar. Das dürft ihr niemandem erzählen, wenn wir auf der Erde sind, ne? Nur mal ganz kurz. Da sagen wir, ja, wir sind da rausgestiegen und hatten einen coolen Spruch irgendwie. One small step for me. Ähm... One small... So. Und dann, ähm... Dann sind wir wieder eingestiegen und sind rausgeflogen, ne? Das muss ja niemand wissen. So wie ich das sehe, sieht uns die Erde ja auch gerade nicht. Von daher... Spaces... Sehr gut! Jetzt ist es Zeit für unseren Spacewalk. Wir haben es geschafft. Jaffala, Todesangst hat ein Ende. Du kommst nach Hause, kein Problem. Kann man strafen? Ne. Ich würde sagen, es ist ein guter Platz, den wir gefunden haben, hier auf der... Es ist nicht der heroische Moment, den wir alle erwartet haben. Da bin ich sehr ehrlich mit euch. So, einmal lächeln für die Kamera. Ich kann auf die... Okay. So, einmal Foto bitte. Wir waren offiziell auf dem Mond. Eva-Bericht. Sehr gut. Und... Dann lassen wir uns jetzt noch Wissenschaft machen, bitte. Eine Runde Wissenschaft, bitte. Einmal für die ganze Truppe Wissenschaft. Ach, da muss ich wahrscheinlich drin sitzen. Ja, ist nett, oder? Ist nett auf dem Mond. Also, hat... Hat Spaß gemacht, aber... Ich glaube, wir können noch wieder gehen, oder nicht? Also, ich hätte... Also, von mir aus, ich hätte es dann. Also, ich wäre soweit. Ich wäre dann, äh... Ich setze mich schon mal ins Auto. So der eine Astronaut, der keinen Bock hat. Einfach so. Ja, ich sitze dann schon mal im Auto, ne? Also, ich lese dann schon mal was. Wir sind jetzt acht Monate hier hochgeflogen. Willst du nicht mal raus? Nö, für mich nicht. Nö, brauche ich gar nicht. Ich habe es schon gesehen. Alles gut. Steigen ein, los geht's. Ich glaube, ich... Also, ich glaube, ich wäre wirklich so jemand, der sagen würde auf dem Mond, ja, ich will wieder nach Hause. Ich will wieder nach Hause. Ich will wieder... Ren ins DMB schauen. Wissenschaft! Jo. Danke. Einmal Wissenschaft, bitte. Bitte einmal was messen, oder so. Immer wichtig für die Wissenschaft. Daten sammeln. Einmal Daten sammeln, bitte. Jo, dankeschön. So, jetzt wird gespeichert. Und jetzt fliegen wir zurück, würde ich sagen. Jetzt wird zurückgeflogen. Wie? Huch. Huch. Oh, da bin ich auf den Knopf gekommen. Oh, da bin ich auf den falschen Knopf gekommen jetzt gerade. Sorry. 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 Oh, so ein Tee ist was Feines. Ich glaube, das mache ich jetzt jedes Mal. Schöner Fenchel-Tee. Lecker. So, jetzt. Auf zur Erde. Warte, wo muss ich eigentlich hin? Ich sehe die Erde von hier aus? Da ist die Erde. Da muss ich hin. Jetzt relativ schnurstracks, oder? Erstmal relativ schnurstracks rauf. Das heißt... In Wissenschaftssprache heißt das jetzt... 90 Grad. Genau blau, blau oben. Blau oben einfach. Jetzt muss ich den richtigen Wind treffen. Okay. Reicht mein Treibstoff überhaupt im Ansatz? Ich habe mich ja nicht leer. Fuck. Fuck. Ja, das machen wir nochmal. Ich glaube, das müssen wir mit Manövern machen. Ich meine, ich muss ja eigentlich nur ein Stück hoch. Dann bin ich schon in einem Orbit eigentlich. Nee. Stück für Stück. Leute, ganz entspannt. Ganz entspannt im Chat. Ich probiere ein paar Sachen aus. Ich habe gespeichert. Da sind Leute... Fühlen sich manchmal persönlich beleidigt, wenn ich es nicht sofort perfekt richtig mache. Ich probiere einfach ein paar Sachen aus. Erstmal direkt... Direkter Weg. Jetzt probiere ich andere Sachen aus. Ganz ruhig, Leute. So. Ich glaube, ich werde immer besser werden in dieser Art von... von... von Start. Ich möchte auch, dass das... der Krusti-Start genannt wird. Vielleicht geht es sogar besser, wenn ich die Beine ausfahre. Warte mal. Ich muss nur einmal mit der Schnauz nach oben. Okay. Das war zu gierig. Das war zu gierig. Das war zu schnell. Das war zu gierig. Tschüss, Flagge. War eine schöne Zeit. Ich komme... Ich glaube, nächsten Sommer komme ich nochmal. Das war zu gierig. Also, wie machen wir das jetzt? Soll ich erstmal in den Mondorbit und dann Manöver machen? Das heißt, wenn die Erde da ist... da ist... so, das zeigt mir immer an, wo die Schnauze gerade ist. Naja, ich verstehe. Und das ist jetzt gerade... das ist gerade 90 Grad. Obwohl, das ist eigentlich egal, ne? Das ist ja eigentlich egal. Ich muss nur in irgendeinen Orbit und dann im richtigen Moment Boost geben, um in den Orbit der Erde zu kommen. Dann bremsen und dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir es. Okay. Ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich habe das Gefühl, vielleicht reicht mein Treibstoff nicht. Das ist ja natürlich genial, jetzt die Flagge zu nehmen als Startpunkt. Tod. Das ist ja erstaunlich leicht, sich auf den Kopf zu rollen. Das ist nahezu unmöglich für mich, weil ich muss ja in dem Moment genau verstehen, wo ich lenken muss, um nach oben zu kommen. Und das ist ja nahezu unmöglich, weil ich mich konstant drehe. Das ist ja schon echt sehr schwer. Also da ist jetzt ein bisschen Glück. Ich meine, zum Glück gibt es nicht so viele Richtungen, in die man fliegen kann. Das ist jetzt ein bisschen Glück auch, aber gehört auch mit dazu. Aber brauche ich nicht, um in den Orbit zu kommen, nicht schon viel zu viel Treibstoff? Ich habe jetzt schon keinen Treibstoff mehr. What? Wie soll das gehen? Gut, der Orbit war jetzt zu hoch, glaube ich. Dann muss ich schneller auf den Horizont zielen. Ja, ich muss eher auf den Horizont zielen, aber das wird wirklich wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil das ist wirklich schwer. Weil ich bin, also das, was mir am schwersten fällt, ist schnell zu schalten, in welche Richtung ich fliegen muss, in welchen Momenten und wie ich das hinbekomme. Na, schauen wir mal. Komm, gib mir einen Moment, wo die Schnauze hoch. Ja, das ist das Problem. Der Moment, nach dem Start hochzuziehen, ist super schwer. Mal schauen. Ich glaube, mit ein bisschen Übung geht das. Ist alles möglich. Ich würde es nicht verlässlich schaffen, würde von der Kreiselposition aus. Das ist doch... Also das ist ein super flacher Orbit und ich verbrauche trotzdem schon fast alles, um es zu schaffen. Okay. Na, immerhin. So, jetzt bin ich echt gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. So, und was ist jetzt die Priorität? Soll ich speichern jetzt? Ich weiß es nicht. Lieber nicht. Vielleicht war das noch zu schlecht vom... Und jetzt habe ich nur noch 200... Mit 200 komme ich in den Orbit von Kirby, aber 200 reicht noch im Leben nicht. 200 reichen noch nie zum Bremsen, oder? Niemals. Obwohl, ich bin ja recht langsam, ne? Ich probiere es mal. Ja, stimmt schon. Ich bin recht langsam. Äh, es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden. Probieren. Punkt in 20 Minuten? Kann ich nicht vorspulen? Man kann so tief nicht vorspulen, oh Gott. Wahrscheinlich prall ich auch... Ich kann gar nicht vorspulen? Ist es dein Ernst? Ich muss jetzt 20 Minuten warten. Ich muss jetzt 20 Minuten warten. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Alt-Plus drücken. Alt-Plus. 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 Ach doch, das geht. Okay, dreifach geht. Da müssen wir immer noch drei Minuten warten. Nutze den Schub, den du schon hast, in die andere Richtung Gas geben, macht mehr Sinn. What? Aber ich boost... Ich beschleunige doch in die Richtung, in die ich schon fliege. Oder nicht? Das verstehe ich nicht. Ich soll in die andere Richtung fliegen? Also einen Boost machen? Also einen Boost machen? Also den Sie bei mir so clean ist es nicht noch keiner положen immediatessen. Ich kann gleich almighty hin- Ich schliebe mal. Ich gucke mal, ob es bessere Positionen gibt, an denen man starten soll. So, hier käme man zumindest billiger in die Umlaufbahn. Ich glaube, das ist die billigste Umlaufbahn mit 180. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warte mal. Hier kann ich ja schon landen für 360. Tatsächlich, das ist eine Landung für 360, das ist ja spottbillig. Warte mal, ich gebe hier Boost, fliege dann hier hin. Und dann bin ich ganz langsam, oder wie? Und weil ich langsam bin, werde ich relativ straight auf die Erde gezogen, weil ich dann sozusagen im freien Fall bin und dann das nächste Gravitationszentrum zieht mich dann genau runter. Ich verstehe. Das habt ihr gemeint mit die Geschwindigkeit abbremsen. Okay, verstehe. Also sagen wir mal, der Mond bewegt sich im Uhrzeigersinn um die Erde und wenn ich jetzt gegen den Uhrzeigersinn das Gravitationszentrum des Mondes verlasse, dann habe ich im Verhältnis zur Erde gesehen eine sehr niedrige Geschwindigkeit und dann falle ich mehr oder weniger direkt auf die Erde zu. Aber da habe ich wirklich fast gar nichts mehr, ne? Aber dann kann ich kaum noch bremsen. Aber ich glaube, das ist, also das ist günstig. Das nehme ich, bin Pfendingfuchser. Jetzt kann ich auch boosten. Schubzeit 15 Sekunden. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Automatische Speicher. Ich speichere gleich auch nochmal, wenn das Vorspulen vorbei ist. F5. Speichern. Okay. Dann wollen wir das mal probieren. Manöver. Manöver! Vier Minuten. Be96 60. 1. 2,3 2,3 4,5 Ich finde es so, dass ich mich in Alter für mir lüge. 5,4 5,4 Ich verstehe, ja, das ist gar nicht so dumm. Und beschleunigt, um die Umlaufbahn des Mondes zu verlassen, bremst aber im Verhältnis zur Erde, um dann ganz nah an die Erde ranzukommen. Ja, das ist halt dann das Gute im Orbit, weil im Orbit um den Mond, dass du dir halt selber den Zeitpunkt aussuchen kannst, an dem du dann boostest und dann kannst du es clever machen. Was kann man auf dem Mond machen? Also, ich war ja schon mal auf dem Mond. Falls ihr da Empfehlungen sucht, allzu viel gibt es da nicht zu holen. Es gibt eine Flagge, die kann man sich anschauen. Na, wir kommen jetzt aber auch echt sehr nah ran, oder? 600 Meter? 500 Meter? Oh, oh, oh. Da ist meine Flagge! Mir ist das gerade ein bisschen zu nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man... Nein! 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 Ja, aber... Ja, aber da kann man doch schon noch ein bisschen gegenhalten. Reicht es, wenn ich ein bisschen Boost gebe eigentlich? ... Ja, ich kann mir... Reicht das, wenn ich hier so ein bisschen Boost gebe? Gewinne ich dann genug Höhe? Warte, wenn ich beschleunige, verändere ich ja nur die Distanz auf der anderen Seite, ne? Ich glaube, ich sollte lieber einfach richtig rausboosten. Oh shit, jetzt habe ich nicht mehr genug. Ich habe nicht mehr genug. Ich brauche 360. Und habe 409. Scheiße, ich habe jetzt schon zu wenig. Aber reicht das, um nicht zu sterben? Warte, das geht nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Ich kann nicht zu viel wegboosten. Also, warte mal. Wir haben 409. Ich brauche 360. Dann lass es mal auf 380 gehen oder so. Ich hoffe, das reicht. Ja, der Mond hat doch keine Anziehungskraft. So ein Witz. Da ist so ein bisschen Boost. Das macht schon mal irgendwie 100 Meter aus. Und das waren ja locker 100 Meter. Da schrabbel ich. Schrabbel ich halt jetzt da so ein bisschen dran rum. Mein Gott, dann geht halt ein bisschen Lack ab. Meine Herren. Meine Güte. Das ist doch jetzt wirklich egal. Das Manöver sieht aber noch gut aus. So, Leute. Das werden jetzt anstrengende drei Minuten noch. Das ist so knapp gerade vom Treibstoff her. Ich glaube, ich ballere einfach meinen gesamten Treibstoff in dieses Manöver. Weil da muss man doch... Spul doch vor. Geht nicht. Man kann leider in dieser Höhe nicht vorspulen. Ah doch, jetzt geht es wieder. What? Manchmal geht es ja manchmal nicht. Das ist ganz merkwürdig. Hier ist die Flagge. Ach, guck mal, Loculetto. Oder? Kommen wir da vorbei. Ja, kein Problem. In 4000 Meter Höhe. Hallo. Hallo, Flagge. Ach, das war schön, oder? Ja, das war schön. Als wir da an der Flagge waren. Das war schön. Das war schön. So, jetzt Achtung. Bei acht Sekunden. Das vielleicht letzte Manöver dieser Mission. Hoffentlich. Das letzte Manöver ist dann vielleicht Testament schreiben. Mal schauen. Bei acht Sekunden. Huh. Drei. Zwei. Eins. Go. 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 Ich bin auf Null. Jetzt müssen wir gucken, ob es gereicht hat. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch nach einer Landung aus, Freunde. Das sieht nach einer Landung aus. Wir kommen nach Hause. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Oh, das ist aber ganz schön knapp, ey. Muss man auch mal sagen, ne? Warte mal. Periapsis ist acht Kilometer. What? Schauen wir mal, wie wir jetzt hier fliegen überhaupt. Das habe ich auch noch nicht ganz gerafft. Genau. Wir fliegen jetzt entgegen der Richtung des Mondes. Verlassen gleich das Gravitationsfeld des Mondes. Und zonken jetzt gleich wieder auf die Erde ein. Und jetzt genau in diesem Moment. Periapsis minus acht Kilometer, liebe Freunde. Minus acht Kilometer. Das ist eine Landung. Das ist eine Landung. Freunde, stellt schon mal das Nutella auf die Heizung. Wir kommen nach Hause. Wir kommen nach Hause. Ah, herrlich. Schön. Schön, schön, schön. Soll ich jetzt schon abdockeln? Ne, ne? Ich mache jetzt lieber gar nichts. Sonst mache ich noch irgendwas kaputt. Wir sind gerade 120.000, 1000 Meter. 1,2 Millionen Meter entfernt. Jetzt nicht den alten Fehler machen. Erstmal speichern, natürlich. Erstmal. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? Ich habe F9 statt F5 gedrückt. Was? Was? Wo bin ich? Was? Nein! Nein! Nein, nicht so! Nicht so! Nein! Nein, 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 nein! Ich habe die... Ich habe die... Ich habe die Zahlen verwechselt! Warte, 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 warte. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal F9 drücke? Kann ich irgendwie auf diese... Saves zugreifen? Aber das ist schon das richtige Manöver, oder? Ja, dann muss ich einfach dasselbe nochmal machen wie gerade. Kein Problem. Oh, Leute! 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 Das macht mich wahnsinnig! Das macht mich wahnsinnig! Alt plus... Mann, dieses Scheiß-Vorspulen, Mann! Lass mich doch einfach vorspulen, wenn ich vorspulen will! Alt plus... Ah, gut, da warten wir jetzt halt noch mal zwei Minuten. Warum einen ein Spiel nicht vorspulen lässt. Das also wirklich... Ich werde es nicht verstehen. Warum das Spiel sagt, nö. Ja, aber ich möchte das. Und ich weiß, dass das geht. Nö, aber nö, das geht ja. Das machen wir jetzt nicht. Ja, aber kann ich nicht einfach vorspulen? Nö, nö, du musst jetzt warten. Eine Minute lang. Aber kann ich nicht einfach stattdessen vorspulen? Nö, das geht nicht. Nö, das machen wir nicht. Nö, 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 nö. Komm mal dahin. Nö, das machen wir jetzt nicht. Nö. 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 Altpunkt, sagt der Chat. Ah, es gibt noch mal einen zweiten geheimen Vorspulmodus, in dem man es dann doch kann. Das ist auch wirklich just Kerbal Things einfach. Es gibt einen Vorspulmodus, in dem kann man manchmal nicht vorspulen. Dann gibt es noch einen anderen Rebellen-Vorspulmodus, in dem kann man immer vorspulen. Na gut. Ich bin Astronaut, kein Spieleentwickler, von daher will ich mir da gar keine Meinung dazu anmaßen. So. Ein zweites Mal, das vielleicht letzte Manöver. Let's go! Ich bin Astronaut, das vielleicht letzte Manöver. Fuck. Doch, das ist eine Landung. Das ist eine Landung. Neun Kilometer! Periaps ist neun Kilometer. Nice. Nice. Ich glaube, das wird was. Puh. Und jetzt speichern mit der Taste F5. Puh. Ach. Okay. Ja, ich würde sagen, I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. So, wissen wir. Stell schon mal die Erdnussbutter auf die Heizung, ich bin gleich da. Guck sie dir an. Unsere Erde. Ich hab sie ein bisschen vermisst. Die Luft vor allem, ne? Sein ganzes Leben lang denkt man sich atmen. Ach, nö. Manchmal wacht man auf und denkt sich, nö, muss ich heute wieder atmen den ganzen Tag? Nö. Oh, lol, ey. Jetzt muss ich hier atmen. Aber dann, sei mal auf dem Mond, wo du irgendwie eine Woche lang nicht atmen kannst. Du vermisst es. Du wirst es vermissen, garantiere ich dir. Verspreche ich dir. Astronauten Ehrenwohn. Irgendwann sagst du, oh, nee. Atmen. Klar, nervt's auch. Aber irgendwie ist es auch ganz geil. Ist auch ganz geil. So ein Guilty Pleasure für mich. So ein Guilty Pleasure ist Atmen dann doch geworden für mich. Wo ist er, wo ist er, die Erde? Ach, komm, komm, komm. Komm her, wo ist er denn? Ui, da ist er noch. Jo, da ist er noch, oh. So, jetzt müssen wir schon langsam das letzte, die letzte Tat tätigen, die es noch zu tätigen gibt. Nämlich abzukoppeln. Ich hoffe, das klappt. Freunde, abgekoppelt in 3, 2, 1, tu es. So, Freunde, wer hat Bock auf einen saftigen Atmosphären eintritt? Oh ja. Ding Dong, Papa ist zu Hause. Okay. Oh, erinnert ihr euch noch an die Atmosphäre? Oh, Atmosphäre. Ey, man kann eins sagen, wirklich. Ich war auf vielen Planeten in meinem Leben, aber die Erde hat schon die beste Atmosphäre. Also wirklich, schon wirklich eine der Besseren, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, man kann viele negative Dinge sagen über die Erde, aber die Atmosphäre, die ist wirklich. Dafür fliege ich immer noch gerne mal einmal im Monat schön auf die Erde. So, wir sind vergleichsweise schnell. Jetzt kommt sie gleich in die Atmosphäre. Man sieht sie nicht, aber man spürt sie. Vor allem an der Temperatur. Hitzeschild hat mich noch nie im Stich gelassen. Hitzeschild hat mich noch nie im Stich gelassen und wird es auch jetzt nicht tun. Und wird es auch jetzt nicht tun. Die Lampe brennt. Leute, die Lampen brennen. Die Lampen brennen, der Schleim brennt. Ne, stimmt. Ich muss noch eine Tätigkeit tun. Was? Die Lampen gehen kaputt. Lass mich jetzt nicht im Stich, Mann. Lass mich nicht im Stich jetzt zerschillt. Bitte. Nicht der Schleim. Das Thermometer. Was sagt das Thermometer? Frag mich nicht, Alter, du. Glühendes Thermometer einfach. Wie heiß ist es? Halt die Fresse, okay? Du weißt ganz genau, dass wir glühen. Oh, bitte lass uns auf der tropischen Insel landen. Oh, bitte lass uns auf der tropischen Insel landen. Und Leute, wir sind in Fallschirmreichweite. Wir sind in Fallschirmreichweite. Das könnte eine erfolgreiche Landung sein. Die zweite Landung heute. Nach der Mondlandung. Das ist eine Erdlandung. Eine Landlandung. Nach der Landmondung kommt die Mondlandung. Kommt die Landlandung. Oh, gibt's was Herrlicheres, als mit einem glühenden Hitzeschild schön ins Meer zu fallen und sich einfach mal herrlich abzukühlen. Oh, ja. Oh, ja. Das ist eine Landung, meine Lieben. Das ist eine Landung. Ach, ist das nicht herrlich. Guck mal, da ist er noch. Da ist er noch. Da guckt er uns zu. Mensch, Mond, du. Mensch, Mond. Da ist er extra nochmal gekommen, du. Da ist er extra nochmal gekommen. War schön bei dir. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Nächstes Jahr vielleicht. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Gib mir das. Gib mir das süße, süße. 4000 Grad heißes Metall trifft auf mehr. Ja, das können wir vielleicht noch ein bisschen bestandigen. Dieser letzte Teil ist immer quälend langsam. Ja, das ist immer quälend langsam. Ja. Ja, ich bin wieder da. Äh, wo ist das Boot? Habt ihr gesagt? Wo habt ihr gesagt, dass das Boot... Sorry, wo habt ihr gesagt, dass das Boot, das mich abholt? Kommt es noch? Leute? Leute? Ich hab gesagt, ich komme Dienstag. Dienstag 15 Uhr, hab ich gesagt. Und wir sind gelandet. Gelandet. Zack. Leute, das war die erfolgreiche Mondlandung. Das war die Mondmission. So, wer holt mich ab? Wer holt mich ab? Weil ihr meintet ja, ihr schickt ein Boot für mich. Leute? Oder ein Helikopter oder sowas? Einfach... Leute? Leute! Leute, wir sind auf der Erde. Wir sind wieder auf der Erde. So, mein Lieber. Und jetzt will ich mal deine Meinung dazu hören, dass ich heute schön auf dem Mond gewesen bin und wieder gelandet bin. Ja, war schon gut. Okay. Raumfahrzeug bergen. Eine Bergung, bitte. Kann man das mal ganz kurz akustisch einfangen gerade? Das ist eine erfolgreiche Mondlandung. 250 Wissenschaft! 250 Wissenschaft! Wow! Ich hab nach dieser Mission 250 Wissenschaft, Leute. Guckt euch das an. 250! Davor gurken wir noch irgendwie für unsere 13 Wissenschaft einmal um die halbe Welt. Und jetzt hab ich 250! Leute, ich geb einen aus! Ich geb einen aus! Wer hat Bock? Wer braucht Forschung? Wer braucht Forschung? Wer will was? Ja, was? Was fragt ihr? Ja? Röntgenstrahlen? Ja, klar. Gebt hier forscht. Ist mir scheißegal. Was? Giftfrosch? Giftfrosch? Gefrosch? Ist mir scheißegal. Ich hab 250 Wissenschaft. Ist mir alles egal. Was sagt ihr? Quantenmechanik? Ja, klar, du. Klar. Klar, Sichi. Nimm Wissenschaft. Ist mir scheißegal. Hä? Was sagt ihr? Was meint ihr? So ein Gerät, in das man sich reinsetzen kann, das sich so dreht und damit kann man schnell fliegen. Nimm, nimm 20 Wissenschaft. Weißt du was? Nimm 50 Wissenschaft. Ist mir egal. Ich hab genug. Ihr habt 250 Wissenschaft. Ah! Ja, herrlich. Gäder? 960.000 Saxophone? Ja, sicher. Ja, klar. Was wollt ihr? Dritter Arm? Dritter... Genmanipulation für dritter Arm? Klar, nimm 200.000 Saxophone. Kein Problem. Überhaupt nicht. Ah! Nochmal. Wie bitte? Dass sich Fruchtzwerge länger halten? Fruchtzwerge halten sich eine Woche länger. Nimm 100.000 Saxophone. Ist mit euch egal, Mensch. Raus damit, du. Ansehen? 250 Ansehen? Ja, sicher. Ja, kein Problem. Was sagst du? Wie bitte? Du verlierst jede Woche über Verflickste Klicks. Niemand nimmt dich ernst. Nimm 200 Ansehen, du. Ist doch kein Problem. Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück auf der Erde. Wir sind zurück auf der Erde. Ach ja. So. Abgehakt. Abgehakt. Was war das jetzt? Wie auch immer die schwersten Missionen nur einen Stern haben. Das war's auf jeden Fall. Puh. Das war's. Ja, Freunde. Das war's. Wir waren auf dem Mond. Wir waren auf dem Mond. Raumfahrtmissionen. Geglückt. Aber es war's. Der Mond war schön. Oder der Mond war schön? Was war euer Lieblingsmoment auf dem Mond? Als wir umgefallen sind. Ich weiß noch. Ich weiß noch. Ich weiß noch. Ich war auf dem Mond. Und dann. Ja, das war verrückt. Weil wir sind auf dem Mond gelandet. Und. Dann haben wir aber erst da gemerkt. Dass wir unser Raumschiff so bescheuert gebaut haben. Dass man auf den Beinen gar nicht stehen konnte. Das ist uns dann erst aufgefallen. Und dann. Ja, Falle hat sich richtig reingehängt. Mit dem SAS. Hat richtig. Das Lenkrad richtig nochmal entgegengesteuert. Damit wir überhaupt stehen konnten. Und dann muss ich irgendwann entscheiden. Ja. Um die Mission überhaupt noch beenden zu können. Ähm. Müssen wir umfallen. Und dann. Ja. Das ist halt das, ne. Du lernst immer viel in der Schule. Energieerhaltungssatz. Irgendwie den hier. Das ist irgendwie den hier und so Kram und so. Aber wenn du mal wirklich auf dem Mond bist. Dann musst du einfach schwere Entscheidungen treffen. Da musst du auch einfach wissen. Worauf kommt es jetzt gerade an. Dann hat es immer umgefallen. Dann hat es immer umgefallen, ja. Ach ja. Herrlich. Das war eine geile Zeit auf dem Mond. Das war eine geile Zeit. Und dann der Mond selber natürlich. Die Krater. Oh. Die Krater. Oh. Oh. Die Krater. Also wenn du wirklich. Das ist unbeschreiblich. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Also wenn du wirklich mal auf dem Mond warst. Also diese Krater, die vergisst man nicht. Oh. Ein Traum. Ein Traum. Also. Was man da so in den Magazinen sieht und so. Das kommt nicht mal im Ansatz an die Realität ran. Also. Wirklich. Wenn du dann mal am Rand von so einem Krater stehst. Oh. Herrlich. 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 Ja. Aber dann mussten wir auch wieder los. Und ja. Jetzt mal gucken. Vielleicht nächsten Monat oder so. Im Sommer. Nächsten Sommer. Vielleicht. Vielleicht fliegen wir nochmal hin. Mal schauen. Mal schauen. Das ist halt immer ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Warte mal. Wie geht es eigentlich. Was wäre jetzt die nächste Mission eigentlich. Was wäre die nächste Mission. Erkunde Minmus. Minmus. Wir wissen insgesamt nur sehr wenig über Minmus. Ja. Absolut richtig. Also ich könnte jetzt. Klar. Die Grundlagen weiß ich über Minmus. Aber. Jetzt auch keine Details. Ganz ehrlich. Lass uns versuchen etwas mehr rauszufinden. Prestige signifikant. Begib dich einfach zu Minmus. Klar. Klar. Der. Der war. Also. Auf dem normalen Weg. Oder auf. Auf. Also. Der ist ja. Der ist ja. Ich weiß wo der ist. Aber der. Also einfach. Direkt hin. Oder. Achso. Ein echtes Kinderspiel. Völlig risikolos. Minmus. Minmus. Ja. Da klingelt natürlich was. Gib mir nochmal. Gib mir nochmal. Das ist der zweite Mond. Die Erde hat zwei Monde. Wir hatten die ganze Zeit. Zwei Monde. Sorry. Ich. Ich bin nicht der gebildetste Mensch. Aber ich bin immer davon ausgegangen. Dass wir jetzt. Wir einen Mond haben. Nur einen. Aber. Okay. Wir haben zwei. Okay. Gut. Nee. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Lieber jetzt als nie. Lieber jetzt erfahren als nie. Zweiter Mond. Ja. Ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht ob das noch sein muss. Zweiter Mond. Also. Ich will jetzt nicht in das alte Astronauten Sprichwort. Kennst du einen Mond. Kennst du alle. Abschweifen. Das ist mir zu platt. Das ist mir zu platt. Aber. Ich sag mal. Das ist natürlich für eine Grundmechanik ist das gleich. Also man fliegt hin. Stufenmodell irgendwie. Landet da sanft. Und dann liegt man da. Dann dreht man sich so schnell man kann. Dass man so mit einer Seite hochgebounced wird. Dann guckt man. Dass man so abpasst. Im Moment. Wo man kurz mit der Schnauz nach oben ist. Gibt Gas. Geht man in den Orbit. Geht man in den anderen Orbit. An die andere Richtung. Lässt sich fallen zurück. Auf der. Das ist ein normales Ding. Reizt mich jetzt da tatsächlich nicht. Als. Astronaut. Als Pionier. Ja. Liebe Freunde. Als ich angefangen hab. Mit Kerbal Space. Hab ich gesagt. Mein Ziel ist der Mond. Mein Ziel ist die Mondlandung. Und die haben wir heute geschafft. Die haben wir heute geschafft. Ich bin stolz. Dass wir es geschafft haben. Ich bin stolz auf euch. Für eure Geduld. Vielen vielen Dank. Danke an alle Subs. Die am Start sind. Der Bescheppern. Rüssel. Zimbulino. Sammy ist dabei. Schauer. Ich sag mal so. Das war auf jeden Fall mein Ziel. In Kerbal Space Program. Auf den Mond zu fliegen. Ich glaube ich hab auf dem Weg viel gelernt. Und er hatte eine Menge Spaß. Ich sag nicht. Dass ich nie wieder Kerbal Space Program. Spielen werde. Aber ich glaube. Wir haben das meiste gesehen. Klar. Jetzt kann man noch woanders hinfliegen. Und noch eine größere Rakete bauen. Aber. Ich glaube so groß unterschiedlich. Wird es jetzt nicht mehr. Es sei denn. Es gibt jetzt irgendwie Space Dämonen. Oder sowas. Ich weiß nicht. Ob es vielleicht noch auf Planeten. Auf Space Dämonen gibt. Aber. Ich sag mal. Ich bin jetzt erstmal zufrieden. Mein Space Hunger. Wurde einigermaßen gestillt. Ich höre. Es gibt irgendwann nochmal. Ein Kerbal Space Program 2. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sich in diese ganzen Themen reinzudenken. Aber. Die Sache ist immer die. Natürlich kann man in jedem Spiel. Noch hunderttausend andere Sachen machen. Noch viele Missionen erfüllen. Aber ich will auch nicht. Den Rest meines Lebens. Nur ein Spiel spielen. Deswegen. Gibt es auch noch andere Spiele da draußen. Andere Knobelspiele. Andere Wissenschaftsspiele. Hey. Wir haben mal einen Blick. In die Raumfahrt geworfen. Gibt es noch andere Spiele. Die wissenschaftsangelegt sind. Was ist mal mit Bakterien. Mal so ein Mikroskop Spiel. Was ist denn mit Anthropologie. Mal wirklich zu irgendeinem. Zu einem Ureinwohnerstamm hingehen. Und da irgendwie dann die Sprache lernen. Oder so. Mal sowas in der Richtung. Oder mal irgendwie ein Mathe Spiel. Wo man mal so richtig Mathe lernt. Oh Gott. Vielleicht. Vielleicht doch eher irgendwie dann Musikwissenschaften. Was ist eigentlich Fistur. Der Quintenzirkel. Noch mal rangehen. Noch mal ran. Noch mal die alten Bücher rausholen. Da ist doch noch eine Menge drin. In der Welt der Wissenschaft. Also falls ihr neue Wissenschaftsspiele kennt. Schreibt sie gerne. In meinem Discord gibt es einen Channel für Spielevorschlag. Da kann man auf jeden Fall noch einiges reinpacken. Ansonsten machen wir natürlich mit Snakebird weiter. Einer wissenschaftlich abgelehnten Schimäre. Ein Mischwesen. Das würde ich eher ins Reich der Fabeln verfrachten. Aber auch da. Ein Fabelspiel. Falls es irgendein Spiel über Fabeln gibt oder so. Wo man sagt. Okay. Noch mal wirklich auch in die griechische Mythologie gehen. Noch mal Aesops Fabeln. So. Welche davon stimmen. Welche sind gut. Welche sind schlecht. Achilles gegen Schildkröte. Solche Dinge. Noch mal da noch mal wirklich mal ran. Auch mal wirklich die schweren Kisten heben. Auch noch mal. Vielleicht noch mal irgendwie so ein Nietzsche Spiel oder sowas in der Richtung. Da hätte ich Bock drauf. Aber ansonsten ist das für mich ein guter Punkt. Hier mal sich umzuschauen. Wir waren weit oben. Wir waren weit oben im Weltraum. Und ich glaube jetzt ist Zeit gekommen sich umzuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder für Magic. Das wird auf jeden Fall fortgeführt. Und ansonsten wird morgen natürlich auch eine ganze Menge produziert. Natürlich verflixte Klicks. Und morgen Abend natürlich das absolute Highlight. Freitagabend ist Live-Abend. Denn da werden wir Filmfights veranstalten. Und zusätzlich sogar noch eine Kombo. Filmfights und Chat-Duell. Also wenn ihr Bock auf Filme habt. Dann ist morgen Abend euer Abend. Weil wir nicht nur gegeneinander antreten. Sondern auch noch mit Chat-Duell Fragen beantworten. Und die ihr natürlich auch beantworten könnt. Das ist natürlich großartig. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Geht mal früher ins Bett heute. Geht mal früher ins Bett. Versucht jetzt nach diesem Kerbel Space Abenteuer auch mal wieder einen einigermaßen geordneten Schlafrhythmus zu entwickeln. Das ist eine Menge wert. Klar, auf dem Mond gewesen zu sein, das nimmt dir keiner mehr. Aber ein richtig guter Schlafrhythmus und guter Bio-Rhythmus ist auch was. Ist auch was. Hatte ich noch nie, aber ist auf jeden Fall was. So Leute, jetzt ist es echt schon spät. Ist keiner mehr online. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich schicke euch einfach mal rüber zu Soon. Soon macht noch ein bisschen Musik für euch. Soon natürlich immer wie immer Community-MVP dabei. Immer in Community-Aktionen dabei. Freund des Hauses von Rocket Beans TV. Ede ist auch live. Da könnt ihr ja auch hingehen. Aber ich schicke euch mal rüber zu Soon. Da könnt ihr noch ein bisschen Musik anhören. Das ist vielleicht das Richtige irgendwie, um ein bisschen Musik nebenbei zu hören. Währenddem noch mal ein bisschen duschen. Und dann ins Bett gehen. Haut rein. Und ansonsten, Ede live ist auch am Start. Habt einen schönen Abend. Haut rein. Und wir sehen uns morgen wieder zu Magic und zu Filmfights. Falls ihr darauf Bock habt. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Gute Nacht. Bleibt neugierig. Denn wir wissen nicht, was da draußen ist. Viel Spaß. Im Weltraum und mit den Sternen. Ciao.